. 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 Ok, jetzt muss ich den zweiten nehmen. Ok, ich muss da rechts unten hin. Hier. So. So, nach vorne. So, nach oben. So. Das ist es also? So wird sie letztlich aussehen? Ja, alle verlangten Gebäude sind vorhanden. Wo ist mein Haus? Habt ihr an mein Haus gedacht? Ja, es ist genau hier in der Mitte. Ach ja, richtig. Wird es zum großen Ausbruch fertig sein? Wir haben bereits mit der Fertigung begonnen. Schön, sehr schön. Ich sollte mir das lieber mal ansehen. Uiuiui. ganzen Ressourcen um sich selber was schönes zu bauen. Ja, einfach mal kaputt machen. Der große Ausbruch? Wovon reden die? Da stimmt was nicht. Das ist so, als ob der Vulkanausbruch manuell herbeigeführt wird. Eindringling. Wir haben ein Eindringling. Eindringling Abwehrmaßnahmen. Laser werden aktiviert. Halt, nein, warte, ich bin noch hier drin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. R después gibt's den Hacken zurío- Oh, ich weiß nicht. little Kann ich anfangen. Ja, das kommt durch die Herte. Lachen Komm mir sein da, Hände Hm, ich will mein Geschenk haben. Ah, ich will mein Geschenk. Ich verstehe. Jetzt kann ich es schaffen. Sunshine Roboter. Sehr gut. Was war nicht alles tot für solche Geschenke? Hier. Okay, da rechts rum. Muss ich ja nichts. Was war nicht alles tot für solche Geschenke? Das ist aber eine schwere Geburt hier. So. 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 auslösen und die ganze insel vernichten und dann darauf bauen zu können na gut es klingt doch übel wir müssen ihn aufhalten halte mr sunshine auf wir müssen weitermachen ja macht uns keine sorgen wir finden schon raus geht und halte mr sunshine auf Hm. Noch mal hier zu dem. Da unten? Zu dem ist mein Neuen. Was ist denn hier los? Haha, die Spinne. Ja, sehr gut. Okay, was muss ich jetzt machen? Ah. Ja, sehr gut.